bismillahirrahmanirrahim assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh liebe Geschwester im Islam heute 18 oder 19? 18.30 Uhr wir haben Bruder Mouris neuen Bruder im Islam er will jetzt den Islam annehmen Möge Allah subhanahu wa ta'ala ihn festigen und dabei sterben lassen inshallah er will damit belohnen Bruder du bist von Islam überzeugt du bist überzeugt dass nur einziges Gott gibt und dass Allah subhanahu wa ta'ala der Einmischung der uns alle erschaffen hat und dass der Prophet ist sein Diener und Gesandte und dass Jesus sein Diener und Gesandte ist und dass alle Propheten sind gleich mit der gleiche Botschaft gekommen sind und der Prophet Muhammad ist der Siegel der Propheten bist du davon überzeugt? bin ich davon überzeugt okay dann jetzt inshallah der Bruder spricht sich hart aus sagst du nach mir wir besprechen das erstmal auf Arabisch und dann auf Deutsch und zwar alles gut wir machen das ganz langsam und zwar ich glaube das ist das ist der Botschaft hat ihn vor dem dass sie der Botschaft war und die die von der Botschaft die Al-Nara, Haq. Takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt, außer Allah. Und ich bezeuge, dass Mohammed sein Diener und Gesandter ist. Und ich bezeuge, dass Jesus sein Diener und Gesandter ist. Sein Diener und Gesandter ist. Jetzt bist du. Alhamdulillah. Allahu Akbar.